Möchten Sie ein Boot kaufen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier bei Barce Belandi erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung für sich, Ihre nautischen Bedürfnisse und Ihre Segelträume. Barce Belandi ist kein allgemeiner Bootshändler, sondern ein offizieller Händler. Wenn wir auch gebrauchte Boote verkaufen, bieten wir eine gesetzliche Gewährleistung für die Konformität zusammen mit Ihrem nächsten Boot an. Die Belandi-Familie, zu der ich gehöre, ist seit 1981 im Bootsmarkt aktiv. Lassen Sie uns nicht bei der Übernahme des Bootes stehen, sondern wir werden es über unseren Marina Garda Lake verwalten. Unsere Lagerung hier am Gardasee, um Ihr Boot vollständig zu verwalten. Wir werden die Fragen beantworten, wo ich sie hinstelle und wie ich sie handhaben kann. Hier wird das Boot einfach in die Lagerung gebracht, da wir uns um alles kümmern werden. Alle Dienstleistungen rund um das Boot, sowie natürlich das Parken und alle Dienstleistungen des Marinas, die Ihnen zur Verfügung stehen werden. Oh mein Gott, etwas, woran ich nicht gedacht habe, ist, was passiert, wenn etwas kaputt geht. Macht dir keine Sorgen, wir kümmern uns auch darum. Wir haben eine voll ausgestattete Werkstatt, um jeden Motortyp zu reparieren, den wir verwalten. Also keine Probleme und keine Sorgen. Boote bestehen zum großen Teil aus Glas, Harzen und Holz. Wir haben eine spezielle Karosserieabteilung für Reparaturen, Restaurierungen und Refittings. Wie nennt man es heutzutage, wenn man ein gebrauchtes Boot komplett neu aufbereitet? Möchtest du sorgenfrei segeln? Oder besser gesagt, du musst deinen Kopf benutzen, aber wir kümmern uns um das Boot. Dank Marina Garda Lake haben sie unsere neuen Boote zur Verfügung. Du kannst aus unserer Flotte von Booten sowohl Boote mit Führerschein als auch ohne wählen. Also hier keine Gedanken, genießt du wirklich den See und genießt du zum ersten Mal oder vielleicht auch viele andere Male das Festland aus einer anderen Perspektive. Verlieren Sie keine Zeit, rufen Sie uns an. Alle Kontakte finden Sie unten in der Dropdown-Liste. Wir sind hier, um Ihr Problem zu beantworten und zu lösen. Die Möglichkeit, schnell mit dem Boot zu fahren. Vergiss nicht, den Kanal Barsche Belandi zu abonnieren, genau hier neben mir, um kein Video, keinen Test und keine Info zu verpassen.